Hallo, grüß euch, liebe Red Bull Fans. Jetzt sind wir am letzten Tag vom Trainingslager angelangt und jetzt wird schon wirklich hart. Die Beine sind schwer, jeder ist mirt, jeder gefreit sich, dass endlich vorbei ist. Und nach jetzt der 15. Einheit, nach drei Testspielen, nach relativ harten, intensiven Tagen lasse ich mich jetzt einmal richtig durchkneten von Bernd und ja, ich hoffe, dass ich dann wieder fit bin. Bis zum nächsten Mal.